Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Wir sind auf dem Weg zur 120 Meter Stelle hier östlich der 55. Dort soll ein Setup getestet werden. Dieses Setup habe ich modifiziert, daher gibt es keine Namen, es gibt keine Nennungen. Es gibt ein Vorbild, an dem sich das Ganze orientiert. Wer das Original Setup sehen möchte, der schaut bitte auf dem Discord vorbei. Wir haben eine abgewandelte Version, mit der wir jetzt hier angeln und versuchen ein paar interessante Fische zu fangen. Wie sieht das Setup aus? Ich zeige es euch mal. Wir verwenden hier ein recht schweres Equipment. Vorlage war tatsächlich das Max-Equipment mit 205 und 181 Kilo. Ich habe jetzt hier die etwas schwächere Variante mit 145 drauf. Außerdem ein Flurespilg, der Haken ist hier 10 Nuller, ich glaube es ist Standard. Außerdem ein 6 Nuller Beihaken, in dem Fall Marlin Series. Rote Elemente, Firestick und ein roter Oktopus. Linz Colored 21.01. 6 Nuller Gummimack haben wir drauf in Bananengelb. Außerdem fluoreszierende Perlen. Dann haben wir einen 6 Nuller Haken mit rotem Oktopus. Rote Perlen dabei, sowie 8 Nuller Gummimack. Nochmal Bananengelb, ebenfalls mit fluoreszierenden Elementen. Wir fahren rüber auf die 120. Ich werde mich da hin und her treiben lassen, absinken lassen auf Grund. Das Ganze dort pilken. Und dann schauen wir uns an, wie es so läuft. Ob was beißt, was beißt, ob es gescheit ist am Ende. Ganz normal. Die übliche, ich gucke es mir an, werte es mit euch aus und sage, passt oder passt nicht, Geschichte. So, die Position ist jetzt erreicht worden. Da sieht man auf jeden Fall, dadurch, dass wir jetzt hier schneller unterwegs waren, da waren ein paar Fische im Abschnitt schon mal drin. Lassen wir das Ganze jetzt einfach mal runter. Das wird sowieso ein Weilchen dauern, bis das alles unten ankommt. Aber die Zeit nehme ich mir gerne. Dann gucken wir uns an, was passiert. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und einen Einstieg zwischendurch schon. Bin gespannt. Puh. So, fast geschafft. Fast unten angekommen. Sehr schön. Warten wir kurz. Ich lasse dem Ganzen Zeit. Nichts passiert? Okay, dann machen wir weiter. Da ging es schnell mit dem Biss. Das ging sehr schnell. Ui. 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 Was ist das denn für ein Widerstand direkt hier? Ich glaube, der hat noch nicht alle Power ausgelassen, die der hat. Ich versuche mal mit der kleineren Übersetzung zu arbeiten. Ich will mal wissen, was wir da haben. Das ist ja sehr interessant gerade. Macht sich auch gefühlt immer schwerer. Nanu. Nanu. Was ist das? Direkt mal der erste Fisch und schon eine etwas schwerere Nummer. Oh. Okay, alles klar. Wir müssen zumachen, Leute. Unerwartet, aber gerne. Da haben wir anscheinend was Größeres dran. Das kann sich immerhin so schwer machen, dass es uns nötig, die Bremse zuzumachen. Ihr wisst ja, wenn das der Fall ist, dann, sofern wir ihn nicht schon auf zwei Drittel oben haben, machen wir dann zu und den Timer an. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Erster Auswurf auf 120 Meter mit dem Setup. Was haben wir da? Der Vorteil ist, es lässt sich auf 4,4 Übersetzung einkurbeln, aktuell alles. Dadurch ist der Köder mit dem Fisch dran wieder relativ schnell oben. Und da macht er sich wieder schwer. Also wenn wir Glück haben, haben wir da gleich einen richtig schönen Seewolf drauf. Wenn wir Pech haben, ist es wahrscheinlich ein Lump. Aber so oder so, das wirkt vielversprechend schon mal für den Anfang. Ich bin übrigens ein Nepp, weil ich gerade gesagt hatte, wir kurbeln auf der 4,4 Übersetzung ein. Das stimmt nicht, wir sind auf der 1,5er. Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das sieht tatsächlich nach Lump aus. Dann gucken wir uns den Lumpi mal an. Macht hier doch ganz gut Druck dafür, dass er nur ein Lump ist. Da kommt er. Ist aber keine Trophy. Trotzdem 12,4 Kilogramm drauf. Das kann man schon mal mitnehmen. Das ist ein solider Anfang. So, wir müssen auch ab dem Lump anfangen zu zählen. Ich habe vorher mich noch ein bisschen auf der 41 aufgehalten. Das Video dazu ist ja noch nicht so lange her. So, aber so ein Lump zum Einstieg ist nicht verkehrt. Übrigens am besten auch kontrollieren, ob zwischendurch Bisse eingehen, weil unsere Köder doch sehr zwischen Senkabend anfällig sind, würde ich mal vorsichtig behaupten. Das können wir auf jeden Fall mal testen. Ich will mal sehen, dass wir das Boot gleich noch ein bisschen nach Osten fahren, wenn wir hier den nächsten Fisch rausgeholt haben. Denn wir sind dafür, dass wir uns in der Ebbe-Phase befinden, immer noch relativ weit westlich. Und das wäre dann, wenn die Flut kommt, eher schlecht, weil dann werden wir rausgeschoben aus den 120 Metern. Das möchte ich nicht so gerne. Bis. Ja. Der erste Ansatz ist interessant. Die Frage ist, ob der sich noch schwerer machen kann. Habe ich das gerade laut gesagt? Offensichtlich. Offensichtlich kann der sich noch schwerer machen. Und offensichtlich dürfen wir hier direkt schon wieder die Bremse an der Rolle betätigen. Zweiter Fisch jetzt hier am Plateau 120. Beziehungsweise an der Tiefstelle 120. Das ist ja kein Plateau in dem Sinne. Guck mal an. Und der macht sich auch immer schwerer. Also das könnte tatsächlich Heilbutt sein. Frage wäre dann, auf welchen Köder. Florespilk halte ich da durchaus für eine Option. Wenn es jetzt tatsächlich wieder erwartend kein Boot sein sollte, dann bin ich natürlich mehr als gespannt, was es denn alternativ ist. Da haben wir zwar Kraft dahinter, aber nicht so wie bei dem 12 Kilo Lumpf vorhin. Dachte ich jedenfalls. Jetzt macht er sich doch schwerer. Also wenn es schlecht läuft, in Anführungsstrichen, dann haben wir sowas um die 20 Kilo Heilbutt drauf. Wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar eine Seewolftroffi. Wow, hey, das sind gute, das ist ein guter, alter Schwede. Ich will ja nun mal sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein Heilbutt ist, aber das Gefühl dahinter, den Fisch hier hoch zu drillen, ist wirklich ein ziemlich geniales. Also egal, was da dran hängt, der Drill alleine war es wert, dass wir den hier hochholen. Das macht echt Spaß gerade. Ich hoffe natürlich nicht, dass es ein Heilbutt ist, aber falls es einer ist, dann kann ich zumindest sagen, hey, aber der Drill war super. Tja, und am Ende ist es halt tatsächlich ein Heilbutt. Aber, liebe Leute, der Drill hat Spaß gemacht gerade. Der hat echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie schwer der jetzt ist. Ich bin gespannt, wie schwer der Heilbutt da jetzt ist. Das werden wir gleich rausfinden. So riesig bist du jetzt nicht, ne, mein Freund? 28 Kilo, ja, das entspricht ungefähr meiner Einschätzung jetzt. So 20, 30 Kilogramm. Aber hey, dafür war der Drill ganz entspannt und cool. Hätte ja auch alles mögliche andere sein können. Nun war es ein Heilbutt. Aber, ich denke, er bringt gutes Silber. Für die Kürze der Zeit, die wir gebraucht haben. Und zweitens mal, ja, macht halt Spaß sowas, ne? Solche Drills sind cool. Okay. Lass das meinetwegen eine Makrile sein. Die wird sicherlich mehr als 2 Kilo haben, würde ich schätzen. Also wenn das eine Makrile ist, dann nehme ich sie mit Kusshand diesmal. Mich interessiert eher, was es noch sein könnte. 10 Meter noch. Interessant bis stärker. Aber was hängt dran? Es ist ein 3,8 Kilo Dornhai. Ja, das sieht nach einem Ergebnis aus, was ich auf 120 Meter nehmen würde. Das definitiv. Nach der kleineren Variante mit 500 Gramm haben wir jetzt hier die große 3,8er. Die nehme ich auf jeden Fall. Hat gebissen auf ein 6-0er Gummimack. Hier in dem Fall den gelben. Ja. Der ist auf jeden Fall annehmbar, würde ich sagen. Sehr schön. Ja. Ne? 20 Minuten jetzt. Aktuell 7 Fische. So langsam habe ich das Gefühl, könnte es besser werden. Wir gucken mal weiter. Das ist ein sehr durchwachsenes Gefühl gerade hier an dem Spot. Aber dafür sind wir ja da, um das genau zu testen. So, nach dem Dornhai. Was gibt es diesmal? Einen Shellfish mit 1,7. Okay. Auf 120 Meter. Ja, ist da. Okay. Habe ich zur Kenntnis genommen. Reicht, wenn das der einzige Auftritt von Shellfish und Co. ist? Ausgeschlitzt. Ah, ja. Kann passieren. Kann passieren, Leute. Auch ein Grund, warum ich kein Filet dran mache. Dann verliere ich auch keins. Hat Vorteile. Biss. Ja. Ja. Nicht verkehrt, der Biss. Bleibt nur diesmal bitte dran, wenn es geht. Oh. Macht er sich schwerer gerade? Ein bisschen, ne? Ganz klein wenig schwerer hat er sich gemacht. Tja. Keine Ahnung, was da dran hängt, Leute. Wir können nur abwarten. Aber in 20 Metern wissen wir hoffentlich mehr. Was auf 120 Metern gebissen hat. So, was ist denn das da? Ach, guck mal an. Ein süßer, kleiner, schwarzer Steinbutt, äh Heilbutt mit 1,52 Kilo. Ja. Okay, aber nicht Chatmaß. 1,52. Das ist natürlich auch eine knuffige Größe. Warum nicht? Die Nummer mit dem Heilbutt von vorhin, mit den 28 Kilo. Da habe ich ehrlicherweise schon gehofft, dass es vielleicht ein schwarzer Heilbutt war. Also hier haben wir so einen Mischbereich. Da kommen schwarzer Heilbutt und normaler Heilbutt überein. Das heißt, jeder größere Einstieg, so im mittleren Bereich, könnte auch ein schwarzer Heilbutt tendenziell sein. Die sind ja nun schon ab 25 Kilo Trophy. Bei dem anderen sind es ja 150. Das heißt, wenn wir so einen kleineren, strammen Einstieg haben, wo ich mir denke, das ist so ein Heilbutt zwischen 20 und 30 Kilo. Da ist tatsächlich dann doch die spannende Frage, könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass wir da einen schwarzen Heilbutt dran kriegen. Jetzt, wo ich das hier gesehen habe mit den 1,5 Kilo, halte ich das gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die hier auch kriegen können. Aber es ist halt dann so nicht die Frage, ne? Hü oder Hott? Ein Schwarzfisch mit 3,4 Kilo. Auch schön. Gute Größe. Sehr schön. Jetzt wird es dunkel hier an der Stelle. Jetzt kriegen wir dunkle Fische ran. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, was haben wir? Da kommt, sieht Köhler. Ne, Schelfisch. Schelfisch. 3 Kilo Schelfisch haben wir dran. Okay. Okay. Schelfisch ist da. Haben wir zur Kenntnis genommen. Also, wenn ich mir das so anschaue, die letzte Viertelstunde, 14 Minuten hier. Zwei Schelfische, ein schöner Dornhai, schwarzer Heilboot und Schwarzfisch. Das ist eine Kombination auf eine Viertelstunde, die ich dir durchaus sehr gerne nehme. Aber wir haben ja davor, sag ich mal, noch 20 Minuten mit etwas durchwachsenerem Ergebnis. Das könnte also schon wieder so ein bisschen nach unten ziehen. Nichtsdestotrotz, Vielseitigkeit haben wir hier. Natürlich auch schlussendlich irgendwo begründet durch die vielseitigen Köder, die wir verwenden. Aber so grundsätzlich betrachtet ist das Ergebnis schon sehr vorzeigbar. Wir sind auch immer noch im Bereich drin. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht nach Norden weggeschoben werden, weil der Wind nämlich aus Süden kommt. Und da haben wir wieder was Größeres, Herrschaften. Also, erster Gedanke, wahrscheinlich Heilboot. Zweite Hoffnung, schwarzer Heilboot. Vielleicht auch was ganz anderes. Mal gucken. So viel Druck macht er jetzt aktuell auch noch nicht. Hat uns jedenfalls noch nicht genötigt, die Bremse hochzudrehen. Da ist aber... Oh, ist das ein Schwarzfisch? Da ist ein Schwarzfisch dran, Leute. Oh. Hey, 14 Kilo Schwarzfisch, Freunde. Ja, moin. Das sieht doch lecker aus hier. Ja, aber hallo. Frisch aus der Uhrzeit. Hallo, mein Freund. Na, den lasse ich mir schmecken, Leute. Den kann man doch mal mitnehmen, was? Auf was bist du gegangen, mein Freund? Du bist gegangen auf den Gummi-Mac. Auf den gelben Gummi-Mac. Die Banane hat er gefressen, siehste. Mega. Das waren jetzt zwei Schwarzfische innerhalb von sechs Minuten. Super Ergebnis, muss ich mal sagen. Sehr gut. Sehr gut. Noch fünf Meter. Was ist denn da dran? Sag mal. Ein Lump. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Aber der gibt immerhin 0,1% aufs Meeresangeln. Und somit fehlen uns nur noch knapp 1,1%, bis wir die 100% endlich absolviert haben. Sehr schön. Hey, es wird langsam. So, da kommt der nächste Lump. Hab's schon geahnt. Hieß mal allerdings ein klein wenig leichter als der erste mit 4,7 Kilogramm. Okay, naja. Dann ist es halt so. Und ein Abschiedslump. Okay. Das ist jetzt aber wirklich ein Abschiedslump. Gut. Nach einer Zeit jetzt von einer Stunde 21. Sagen wir mal, einein Drittelstunden waren wir jetzt hier. Spannend war der schwarze Heilbutt. War zwar nicht groß, aber er war da auf der 120. Die Schwarzfische. Unter anderem hier mit 14 Kilo. Und 3,8 Kilo Dornhai. Das waren so die Highlights, würde ich mal sagen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal im Café an, beziehungsweise im Verkauf. Na dann, gucken wir uns das mal eben an. Zunächst mal hatte ich ja noch ein bisschen was von der 41 weggeholt. Ich gucke mal gerade, ob Makrelen eventuell im Café drin sind. Das ist nicht der Fall. Aber 3 mal 50 Gramm Sardine. Die hatten wir vorhin noch gezogen. Die kann ich mal eben schnell abgeben. Das sind 88 Silber, wohlgemerkt. Köhler haben wir nicht. Schellfische haben wir nicht in der richtigen Größe. Seehecht leider auch nicht. Gut. Aber, dann können wir zumindest mal, sage ich mal, den unteren Abschnitt bis hierhin abgeben. So. 193 Silber waren das auf, wenn ich das richtig sehe, 15, war das echt nur 15 Minuten? Tatsache. Eine Viertelstunde 200 Silber. Kann man machen. Wenn man das hochrechnet, ist auch gut. So. Dann gucken wir uns jetzt tatsächlich den Kescher an, den wir hier in der Stunde 23 an der 120 kassiert haben. Nach Preisen 203 Silber für die 14 Kilo Schwarzfisch. Leute, das ist ein Brett. Also das finde ich cool. Das war eine schöne Größe an der Stelle. 203 Silber für den 14,5 Kilo Schwarzfisch. Der Heilbutt mit 28 Kilo, 103 Silber. Der Dornhai mit 78. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Lump von 12 Kilo mit 43 Silber. Die 9 Kilo Lump sind schon nur noch bei 31. Aber die 3,4 Kilo Schwarzfisch immerhin nochmal 22 Silber. In Summe auf eine Stunde 20, also ein Drittel Stunden etwa, kommen wir hier auf 641 Silber. Das wären geteilt durch 1,33 etwa 481 Silber in der Stunde. Für einen Testspot, für ein bisschen Rumgeplänkel ist das okay, das Ergebnis. Da gibt es deutlich schlechtere Spots. Und wie gesagt, der hat uns auf jeden Fall dahingehend auch nochmal so ein bisschen zusätzlich gepusht. Also 200 Silber plus für einen Schwarzfisch von 14,5 Kilo. Das lohnt natürlich. Also schaut euch den Spot gerne mal an. Setup habt ihr gesehen. Ansonsten checkt das Discord ab. Da poste ich es auch nochmal rein. Jo, und dann Petri Heil. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020